sehr verehrte mineralien freunde willkommen zurück im kanal matrix minerals tv schön dass ihr wieder dabei seid hier zu einem weiteren video mit mineralien in dem fall aquamarinstufen aus namibia erongo und das was ihr hier seht im moment das sind wirklich die einzigen aquamarine die es im moment von namibia bei mir im angebot gibt es gibt sonst nichts es wird im moment in namibia auch nichts gefunden die finden keine und ja ich habe also nur diese paar einzelnen kleinen kristalle plus diese stufe in der mitte die ihr ja schon kennt die habe ich euch schon im video gezeigt aber ich nehme es noch mal der vollständigkeit halber auf und das ist halten stiefchen hier mit hübschen aquamarinen kristallen aus dem erongo namibia ein richtig hübsches makelloses teil das einzige in dieser art was überhaupt irgendwie noch zur verfügung ist sonst kann ich euch an aquamarinen namibia momentan gar nichts anbieten weil es einfach nichts gibt ich habe meinen händler nochmals angerufen gefragt wie sieht es denn aus gibt es wieder ein paar neue aquamarine und die aussage lautet nein schön ohne ende aquamarine null also in diesem sinne aquamarine das stück kennt ihr schon aus namibia und dann gibt es halt noch die ein oder andere stufe das sind hier so einzel kristalle die sind alle auf so einem kleinen acryl glassockel montiert in dem fall mit feldspat hier und insgesamt recht ansehnliche kristalle einzelkristalle halt muss man einfach so sagen was anderes gibt es nicht und ja die stücke hier die stammen von einem händler der mir die zur verfügung gestellt hat und alle diese stücke muss ich sagen sind relativ teuer leider ich kann nicht helfen aber es ist halt einfach so also mit aquamarine namibia sieht es momentan traurig aus es gibt wirklich nichts sonst was was aus außergewöhnliches was auffälliges der kristalle hier hat an der seite hier entweder einen kontakt oder so eine art auf auflösung oder könnte wahrscheinlich ein kontakt sein der hier sind als solche teile hier also das ist das einzige was ich euch anbieten kann leute an aquamarine namibia und wie ihr sehen könnt das sind schon recht ordentliche kristalle hier qualität ist auch richtig gut es sind halt kleine kristalle nur einzel kristalle nicht unbedingt zu riesig aber es sind hübsche kristalle und ist auch das einzige was ich wie gesagt an aquamarine namibia im moment euch anbieten könnte was anderes gibt es leider gar nicht die aquamarine sind logischerweise eingestellt bei afrika also aquamarine namibia da würdet ihr diese stücke finden da stehen dann auch die maße drin und so weiter wie immer könnt ihr die daten entnehmen aus dieser seite ja wie gesagt das ist alles an aquamarine namibia was im moment so irgendwie zur verfügung steht und in diesem sinne soll es das gewesen sein erstmal für das video mehr habe ich nicht mal gucken was die zukunft bringt vielleicht gibt es ja doch mal wieder welche im moment ist das wie gesagt alles und die stücke sind eingestellt bei den stücken in namibia also beryl namibia aquamarine in diesem sinne wie gesagt soll es das gewesen sein danke für eure aufmerksamkeit wenn ihr was wissen wollt die kontaktdaten jetzt gleich im abspann und ja leute bleibt einfach dran es geht noch weiter ich habe noch was zum aufnehmen dann würde ich sagen bis bald hier im kanal matrix minerals tv hier im aber der hier im der hier im Vielen Dank.